Und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play, der Showdown. Mit einer Single-Bare-Modus. Ihr seht, ich bin schon Champion. Und jetzt mache ich das dritte Rennen, oder? Ne, vor mir noch mal Gedanken, weil das gefällt nicht so. Das ist der Hund. Schau, ich habe da mal diese lustigen Artis dabei freigeschalten. Alter, warum, warum, warum? Und dann, zum Spaß für euch nehme ich heute so eine Mini. So wie immer den armen Hans. Hier werden, glaube ich, zwei Rennermachen, zwei Reihen, je nachdem. Jetzt werden da viel, viel Videos kommen. Also ich liebe diese Let's Plays. Kein Lifts für Spaß. Und deshalb rede ich noch mit spaßigen Dingen und so. So wie gestern, schaut euch die Videos von gestern an. Mit meinem Freund Julian und los geht's. Oh mein Gott, Mario stammt. Ohoho, erster Opfer war das Buss. Erster Opfer ist da. Bam, erster. Führer ist in Kau. Oh. Bloß einer, Mann. Ey. Hey. Hey, dann geh. Ich bin echt geh. Uh. Na, jetzt bin ich erster. Sachs, komm jetzt durch der Passatze. Oh mein Gott, warum lasst ich mir dann immer so gut steuern? Lass mich rauf. Scotty. Da muss ich einmal eingreifen. Yay. Alter, welcher Penner. Äh, ist einer runtergefallen. Oh mein Gott. Verwurscht denn. Oh mein Gott, mein Gott, lass mich rauf. Fah. Ja, ich wurde runtergehauen. Nein. Ja, ja, ja. Zurück nach oben, Mama. Mama, zurück nach oben. Sonst komm ich nicht mehr in deine Naas. Weiter. Weiter. Juhu. Juhu. Der Schatz hat mir gefurzelt. Nein. Nein, Damage. Nein, ihr wird zerstört. Jetzt bekommen wir einen Rambazahnbein in die Knie. Jeeha. Danke. Ha. Waaada. Auf welchem Platz bin ich überhaupt? Oh mein Gott, dritter. Ich muss, das hat mal was passiert. Jeeha. Ja, natürlich fliege ich aufs Dach. Danke, was hat die Nette. Ja, natürlich hat mich fast... Doch, der Ruck. Jetzt bin ich mir selber... Oh, mir ist nicht für euch zu langweilig, wenn ich so fahre. Aber er muss das sein. Wer ist denn erster? Ja, natürlich, immer der Rieße. Ja, natürlich, immer der Rieße. Ja, 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 immer Rieße erster. Ja, ja, diesen Schiss. Fick den los, Alter, wo ist der? Ja, ja, ja. Damage. Ich geh auch mal zum Kawa-Schotter. Fuuuuck. Und ich fall da nicht lieber runter. Ja, weeeeeh, 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 weeeeeh. Neeee, da, du, ich nicht, ba! Du kannst mich, mein Dumps, braun. Ja, weeeeee. Oh, yes! Ja, mal, du kannst du dir, lass dich dir, halb, abbande mal. Fast, hang, du, fast hab, abbande mal. Pfft, talp, ja, exklus, haha. Knag, du, dann. Geh mich rauf, Scotty. Jee, rauf, rauf, nicht daraus. Lieb nicht bloß können. Jee, ha. Es ist aus und ich wurde demoliert. Ich guck nur was. Miau, Mama, küsse sie noch für einen Rennen aus. Meine Güte, die Kamera hat streben. Ich störe dich da genau. Zwischen. Jetzt haltet's mich. Ich muss einen Schnellfall. Es wich da bin dann. Mach ich's. Nicht noch einmal, ich mach jetzt. Ach, da war Rennen. Miau, mit der gleichen Karre. Oh mein Gott, meine Güte. Mario starrt. Mich an. Lade doch. Lade doch. Warum machst du so lange schon? Daaaah. Nee, oder nee. 54 Millionen. 54 Tausend Euro. Ich kann mal Auto kaufen, aber auch keine Lust. Haha, Panion. Alter, ja. Lange Laden. Das mag ich Puppe. Baaah. Boi, boi, boi. Miu. Ich weiß doch immer nur was. Haha. Alter, das ist eine geile Strecke. Wuhu. Ach, der Ball ist geil. Diese Strecke ist geil voll. Oh, voll voll. Cheater. Cheater. Your Hacker. Alter, welche Penner du. Das ist ganz kurz viel. Diese Idee muss mir immer... Fake Zeug doch. Ich hasse die. Die wollen mich immer drehen. Yay. Drehen ist so lustig, Mama. Kann ich auch. Haha. Fake Zeug doch. Hallo. Na, da weckle. Bei dieser Scheiß-Antwort. Ja, ich bin hinter angene know. Da. Schmeiß sie. Ich weiß sie. Schmeiß sie auf. Haha. Ich weiß ja auch, aus wie aus wie einig. Miau. Ich habe gedacht, wir haben was. Guck mal. Einen Scheiß-Gito. Alter. Whoaaa? Oh, den muss ich noch einmal in die Klasche. Du, ach, falle ich nicht mit Fleisch, oder? Falle ich mit Fleisch, oder? Hm, und die Fneise, oder? Ja! Und, äh, wo der Helme, von der Draschen? Geil! Yeah! Das Überraschendste ist, wenn sich alle von der Seite kommen, und du merkst es nicht, und die Rassen da voll in die Seite, ne? Puh! Oh, den muss ich mal schauen, wie es kommen ist! Hohohoho, holy shit! Oh mein Gott! Boah, geil! Geil, geil, geil! Nein, fast von der Seite! Dann einer von Heteris! Heteris, Heteris, Ich liebe die Sandwich, Ich liebe meine Bleibchen und dieasein Summer, ich liebe siein landesig in meinem Leben, von dem umso All嗎! I didn't like I was to sell, umso Allmaleife! Oh, mein lebee! Hohohohoho, das klingt ja so bei mir gewesen. Boah lebe han, ein b Pepsi les auchộnchen, Gott ormissig ihr wieder an! Da merkt nur mit dem, Wodش, Wod원�agen, Oh... Do... Oh, meine... Oh, meine... Oh, meine... Ich bin ein Lass, 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 Lass! Lass, Lass, Lass! Oh, ha, ha! Mö! Wack, 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 wack! Flesh, harte, fulie! Flesh, harte, fulie! Fulie! Was, ich, harte, fulie! Mio! Mio! Habe ich noch mal knapp vorbei gecheckt. Alter, der Schern, wie der, ist der? Oh, la, 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 stöcke 100. Ich mag nur an meine Wandscheln. Oh, wie denn Trumpf, ey! Oh, yeah, fuck yeah! Oh, ja, das wars mit dem Video. Also bis bald, tschüss, haltet die Daumen für mich für die weiteren Videos und abonniert mich. Danke, tschüss.